und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klembersteinbaus heute mal wieder mit einem set von mold king mit vitrine ein fahrzeug in speed champions größe zum hammer preis wie wir das ja schon von mold king kennen und zwar haben wir hier die mold king 27016 329 und 20 teile und es handelt sich um einen mazda rx 7 fd 3s hier zwar nicht offiziell lizenziert aber wie es working so macht schreiben sie ja immer hier drauf no oder nummer je nachdem wie man das interpretieren möchte rx 7 fd 3s aus der model k reihe gekauft habe ich dieses set mal wieder auf your web da kaufe ich sehr sehr gerne mold king ein dort bezahlt man für diese sets 13 euro und auch wenn es aus china kommt braucht ihr euch überhaupt keine gedanken machen das ist super super gut verpackt gewesen sogar mit eckenschonern an der seite und auch noch mal ordentlich in luftpolsterfolie eingewickelt und dann auch nicht in einer tüte sondern wirklich in einem karton verschickt also die geben sich besonders bei sets mit originalverpackung richtig mühe und dementsprechend kommen die verpackungen auch so gut an das prinzip mit den mold king vitrinen kennt ihr denke ich jetzt auch schon alle die maße 8,5 zentimeter in der höhe 9,5 zentimeter in der breite und 19,5 zentimeter in der länge und auch die gestaltung sowie die kompakte verpackungsgröße von diesen model car series set ist auch an sich echt kein geheimnis mehr ich finde es aber auch schön dass wir hier immer noch mal die maße des sets abgebildet haben und eben nicht nur von der vitrine und zwar wird das set am ende 16,5 zentimeter lang 7,2 zentimeter breit und knapp fünf zentimeter hoch das spannendste finden wir aber wie immer nicht auf der verpackung sondern natürlich darin und dementsprechend machen wir das ganze auf und schauen uns zusammen die steine tüten und die anleitung an innen haben wir die vitrine wieder in einer luftpolsterfolie und noch einmal einer separaten schutzfolie eingepackt die anleitung sowie der stickerbogen befinden sich wieder unter der vitrine und alle teile schön kompakt in der vitrine gelagert hier seht ihr auch schon mal die steine tüten über die steine qualitäten reden wir natürlich wie immer während des baus und mit den steine tüten kommt auch die basis hier in gelb dazu man mag es kaum glauben es gibt hersteller die teile in passenden farben beilegen können auf die vitrine werde ich jetzt dieses mal nicht noch einmal näher eingehen das ist ja immer dasselbe prinzip wenn euch diese aber noch einzeln interessiert fühlt euch gerne dazu eingeladen nach dem video das video zum cian anzuschauen und dabei handelt es sich um die set nummer 27003 die anleitung ist wie auch die verpackung sehr klein gehalten mir gefällt das persönlich sehr gut damit man hier wirklich platzsparend verschicken kann und das ganze natürlich auch platzsparend lagern kann und ebenfalls ist die anleitung klammer gebunden die papierqualität ist wirklich gut gefühlt war aber die druckqualität schon mal ein wenig besser die abbildungen sind aber trotzdem groß genug und hier sollte sich alles gut erkennen lassen insgesamt haben wir dann 86 bauschritte bis das ganze in der vitrine steht und auf den letzten beiden seiten haben wir noch einmal ein paar detail aufnahmen zum fahrzeug eine teile liste suchen wir aber leider in der anleitung vergeblich das finde ich sehr schade was wir hingegen ja schon gefunden haben ist der sticker bogen es ist ein sehr kleiner sticker bogen und er stört mich auch bei speed champions nicht obwohl ich in diesem fall echt noch mit dem gedankenspiele sie nicht aufzukleben ich habe das gefühl die werden das fahrzeug nicht unbedingt schöner machen aber wahrscheinlich werde ich sie am ende trotzdem aufkleben damit ihr das fahrzeug auch wirklich komplett gesehen habt ich freue mich auf jeden fall schon sehr auf das set und hoffe natürlich dass mold king an die guten leistungen bei den anderen speed champions auch hier wieder anknüpfen kann vor allem weil der mazza rx7 auch ein sehr ikonisches fahrzeug ist und ich stehe ja sowieso auf die jdm kultur und japanische tuning wagen obwohl ich da persönlich ja ein supra noch cooler finden würde aber auch mit dem rx7 bauen sie in mir eine erwartungshaltung auf die sie erst mal erreichen müssen ich bin sehr gespannt ob sie das schaffen und dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen und wir sehen uns dann gleich nach den ersten wichtigen bauschritten wieder und wir sehen uns das erste mal nach dem 36 bauschritt wieder wir haben das heck schon so gut wie fertig gebaut und auch die andeutung des kofferraums ist schon fertig ich wollte euch nur schon mal von der steine qualität berichten denn bis hierhin ist die richtig richtig gut die steine lassen sich sehr sehr angenehm verbauen das ist ein tolles baugefühl und am ende haben sie auch eine sehr gute klemmkraft also das sind wirklich tolle steine die hier verwendet wurden und das nicht nur im verbauen und auch nicht nur in der klemmkraft sondern auch im aussehen die fliesen die wir hier haben sind absolut glänzend wir haben nur ganz ganz leichte kratzer drauf und das sind fliesen die wirklich fast mit dem marktführer konkurrieren können im aussehen und damit die bisher größte schwäche von alternativen herstellern hier aufholen mold king hatte ja schon immer wirklich gute steine aber sie legen immer noch eine schippe drauf so dass mir diese steine wieder besser gefallen als ein paar andere chargen die ich vorher verbaut habe auch die anleitung ist bisher absolut verständlich und habe noch keine fragen aufgeworfen ich hatte bisher schon richtig viel spaß und baue dementsprechend jetzt auch mit einem sehr sehr guten gefühl weiter wir sehen uns nach dem nächsten wichtigen bauschritt wieder und wir sehen uns das nächste mal nach dem 52 bauschritt wieder wir haben jetzt hier vorn schon den 240 ps starken motor etwas angedeutet das gefällt mir schon sehr sehr gut vor allem weil wir hier auch ein paar bewegliche komponenten mit dabei haben und auch das lenkrad sowie das restliche cockpit nimmt langsam wirklich formen an was ich euch zeigen wollte ist eine meiner meinung nach coole bautechnik denn wir haben hier eine tile modified die bei der wir mehr oder weniger eine plate und zwei teils zusammen in einem stein haben und dann haben wir hier zwei lampen steine und hinten zwei lampen steine und diese werden dann mit zwei silbernen stäben verbunden um hier einerseits den motor mit darzustellen und andererseits hier vorn dieses teil überhaupt erst mit dem restlichen fahrzeug zu verbinden das gefällt mir ziemlich gut weiter geht's und wir sehen uns gleich mit dem fertigen rx7 wieder und damit ist der mold king mazda rx7 fd3s auch schon fertig ich hatte wirklich wirklich beim bau von diesem fahrzeug sehr sehr viel spaß ich habe schon die steine qualität angesprochen die ist einfach herausragend bei diesem set und mindestens auf marktführer qualität wenn nicht sogar ein stückchen besser das ist meine meinung das können andere leute natürlich anders empfinden und auch die anleitung war sehr sehr ähnlich wie anleitungen des marktführers denn diese war super super einfach fast schon ein wenig zu einfach aber es gab auf jeden fall keine problemstellen und sie hat keine fragen aufgeworfen an spielfunktion haben wir wie so oft bei speed champions eigentlich nur es kann rollen und man kann das cockpit hier oben natürlich abnehmen um rein theoretisch figuren reinzusetzen wir haben aber erstens keine sitze dabei und zweitens keine figuren obwohl ich hier die abwägung sehe hat man jetzt vielleicht figuren und potenziell stress mit lego oder hat man jetzt wie in diesem fall hier eine vitrine dabei und sieht diese fahrzeuge eben auch als vitrinen modell beziehungsweise eben display set dann würde ich sagen habe ich auf jeden fall mit dieser variante von mold king mit der vitrine um einiges mehr spaß als durch eine minifigur die entweder nicht qualitativ auf der höhe ist oder vielleicht im zoll hängen bleibt oder selbst wenn es eine originale minifigur ist wie bei den speed champions sind die oftmals nicht unbedingt die am besten ausgearbeitetsten dass ich jetzt nicht sagen könnte ich könnte da nicht drauf verzichten und zum spielen kann man in das auto immer noch eine x-beliebige minifigur reinsetzen die man sowieso im fundus hat beziehungsweise man kann auch ohne minifigur die dort drin sitzt natürlich damit sehr sehr gut spielen dass man ein rennen fährt aussehensmäßig finde ich ihn vor allem von vorn und so diesem seitenblickwinkel am gelungensten da gefällt mir ziemlich ziemlich gut auch die seite ist sehr gut ausgearbeitet zumindest dieser teil wo hier die türen wären und der übergang zum heck was mir etwas weniger gefällt ist dieser übergang hier hier hätte ich mir ein print gewünscht um den übergang von scheibe zu steinen etwas schöner hinzubekommen aber leider ist das bei mold king ja eher eine wunschvorstellung das heck an sich gefällt mir auch sehr sehr gut und allein solche kleinen details wie das dieser auspuff hier in flat silber ist und eben nicht in irgendeinem grauton machen das auto schon mal sehr sehr schön und ich persönlich finde es auch ohne sticker schöner als mit stickern aber natürlich werde ich für euch jetzt die sticker aufkleben und blende euch da auch noch ein paar bilder dazu ein ich finde in diesem fall machen die sticker das auto nicht sehr viel schöner aber sie machen es auch nicht sehr viel schlimmer man kann es dann eben in diese jdm oder auch rennszene packen wenn man das möchte dadurch dass wir hier doch verschiedene sponsoren aufkleber drauf machen aber von der grundoptik bestimmen die sticker nicht das set was ja bei anderen speed champions ähnlichen fahrzeugen oder auch den originalen speed champions durchaus meistens der fall ist jetzt packe ich das ganze noch in die vitrine aber sagen kann ich euch auf jeden fall auch schon in diesem moment dieses fahrzeug bekommt eine kaufempfehlung denn preis leistung steine qualität und auch meiner meinung nach das aussehen sind hier jeden cent von den 13 euro wert das einzige was mich an den stickern mal wieder etwas stört ist dass hier leider der farbton von den steinen mal wieder nicht zu 100 prozent getroffen wurde und damit steht der mazda auch in seiner vitrine und sieht dort meiner meinung nach richtig richtig gut aus und kann dort natürlich auch wunderbar mit seinen freunden kombiniert werden also meine meinung dass die speed champions alternative von mold king in form von der model car reihe die momentan beste alternative ist hat sich auch mit diesem set mal wieder bestärkt so ein fahrzeug für 13 euro in der steine qualität und dann auch noch mit einer vitrine dazu ist für mich ein absoluter no brainer da muss man meiner meinung nach nicht zweimal überlegen und kann guten gewissens zuschlagen wenn man das vorbild cool findet wie ich in diesem fall eben auch den mazda rx 7 wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt oder ein anderes set der reihe dann schreibt wie immer gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch das video gefallen hat dann lasst wie immer gerne einen daumen nach oben und ein abo da besonders beim abo muss ich leider feststellen dass ein sehr sehr großer teil von den leuten die diese videos schauen und auch wiederholen schauen den kanal leider nicht abonniert haben und ich habe das gefühl dass manche leute das auch einfach vergessen also falls ihr dazu gehören solltet würde ich mich natürlich sehr über euer abo freuen ich wünsche euch auf jeden fall noch einen wunderschönen tag haut rein und euer Valleybrick